Independent Film Festival of Star TV Du kannst jetzt die nominierten Filme vom ersten Independent Film Festival of Star TV per gratis SMS bewerten. Damit nimmst du automatisch an der Verlosung teil und bist mit ein bisschen Glück an der Abschlussfeier am 2. Oktober im Kino Stüssehof im Zürcher Niederdorf mit dabei. Independent Film Festival of Star TV vom ersten bis zum 30. September. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.